Hi there und willkommen zu The Hate U Give von Angie Thomas. Es geht in diesem Roman aus dem Jahr 2017 um Rassismus, Polizeigewalt und das Aufwachsen in einem schwarzen Stadtviertel namens Garden Heights irgendwo in den USA. Das Viertel und die Handlung des Buchs sind erfunden, aber das Problem ist sehr real. Mit dabei sind die 16-jährige Star Carter, die mit einem Sneaker-Fetisch und ihrer Familie in Garden Heights lebt. Dazu gehören unter anderem ihr älterer Halbbruder Seven, ihre Mom, die als Krankenschwester arbeitet, ihr Vater Big Mae, früher Gangmitglied bei den King Lords, das ist hier die örtliche Gang. Heute hat er einen Lebensmittelladen, während ihr Onkel und so eine Art Zweitpapa von ihr, Carlos, Polizist ist. Außerdem wichtig sind Stars Sandkastenfreund Khalil, kurz Kay, ihr Boyfriend Chris und Divanti, der zu Anfang noch für den großen bösen Gangboss King arbeitet. Natürlich gibt es noch viele andere Figuren, das sind die wichtigsten im Roman. Los geht's bei einer Spring-Break-Party am Freitagabend, wo Star ein bisschen verloren rumsteht. Boah, langweilig, plötzlich steht Khalil vor ihr. Kay, wow, das ist ja schon eine Ewigkeit her. Ja, ich hatte viel zu tun. Hm, teure Klamotten, viel zu tun. Ist er jetzt ein Dealer oder was? Plötzlich fallen zwei Schüsse. Schnell weg! Und er nimmt sie in seinem Auto mit. Da müssten Sie sich jetzt bitte was Glamouröseres vorstellen. Und Sie hören Musik, er fährt sie nach Hause. Ich liebe Tupac. Ist zwar schon älter, aber wie der erklärt, wofür Thug steht, ah, das müssen wir den Zuschauern zu Hause erklären. Thug heißt Verbrecher oder Schläger auf Englisch. Aber Tupac macht daraus ein Akronym, also ein Wort, das sich aus den Anfangsbuchstaben anderer Worte zusammensetzt. Genau, bei ihm steht es für The Hate You Give, also der Hass, den ihr verbreitet. Es geht darum, dass das Ghetto-Leben so scheiße ist, weil immer Gewalt wieder Gewalt erzeugt. Sag mal, bist du ein Dealer? Mein Dad könnte dir helfen. Ich brauche keine Hilfe. Und wie aufs Stichwort hält ein Polizist mit der Dienstnummer 115 die beiden an und sagt, Führerschein und Fahrzeugpapiere, warum haben sie uns angehalten? Führerschein und Fahrzeugpapiere, äh, warum haben sie uns angehalten? Tu jetzt, was er sagt! Kalil gibt ihm die Papiere und er sagt, das eine Rücklicht ist kaputt. Oh, kriege ich jetzt einen Strafzettel? Steig aus, du Klugscheißer. Aber raus, Hände hoch! Kalil macht es, lässt sich von 115 durchsuchen, der findet allerdings nichts. Und dann sagt er, keine Bewegung und geht zurück zu seinem Streifenwagen. Kalil bewegt sich aber, geht zu Star und sagt, bist du okay? Und bang, 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 ah, ist er tot. Und sie so, nein! Und der sagt überflüssigerweise auch noch Hände hoch. Stars Eltern holen sie nach Hause. Und sobald sie im Bett liegt, kommen die Erinnerungen hoch. Meine Freundin Natascha und ich spielen im Sommer an einem kaputten Hydranten. Plötzlich, bang, 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 und sie ist tot. Aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen. Trotz des allgegenwärtigen Todes geht das Familienleben weiter. Ihr Vater nimmt Star am nächsten Tag mit in seinen Laden. Am Abend wird sie dann Zeuge, wie die Erwachsenen sich streiten. Wir müssen Star beschützen! Dann zieht einfach mal aus dem Viertel weg. Ja, auf keinen Fall! Und sie muss mit der Polizei reden. Es darf keiner wissen, dass sie es war. Und dann bemerken sie, dass sie zugehört hat. Oh, äh, Mensch, es tut mir so leid. Bringt es Gerechtigkeit für Kalil, wenn ich mit deinen Kollegen rede? Definitiv, dann mache ich's. Vorher besuchen die Katers aber Miss Rosalie, Kalils Oma, die früher Star und ihn gebabysittet hat. Mein Baby. Er hat nie mehr eine Freundin wie dich gehabt. Schnüff! Und Maeve, mit dir wollte er reden, weil er dieses Zeug verkauft hat. Aber es ist nicht wichtig, was er getan hat, sondern wer er war. Wenig später trifft Star auch Brenda, Kalils Mutter. Und zwar, als sie bei ihrer eigenen Mutter an der Arbeit ist. Und die so, die haben mein Baby umgebracht. Du musst clean werden. Die war nie für Kalil da. Dann geht sie mit ihrer Mutter zur Polizei, wie sie angekündigt hat, wo sie von zwei Detektives vernommen wird. Was hat Kalil getan? Hat er Drogen verkauft? Habt ihr Alkohol getrunken? Sag mal, er hat sich nicht selber erschossen. Sie haben mein Kind noch nicht ein Wort nach diesem Cop gefragt. 115 hat ihn getötet. Kalil hat nichts Falsches getan. Boah, ich hab ein ganz mieses Gefühl. Deshalb ist Star in der Schule verständlicherweise nicht so bei der Sache. Und beim Basketballtraining sagt ihre Freundin Hayley zu ihr, stell dir einfach vor, der Ball wäre ein Fried Chicken. Sag mal, Fried Chicken? Brathähnchen? Meinst du da mit mich, weil ich schwarz bin? Boah, das war doch nicht rassistisch gemeint. Und Hayley ist echt sehr aggressiv zu ihr, weshalb sie dann sagt, boah, ich muss hier weg und sich von Onkel Carlos abholen lässt. Warum haben die 115 nicht verhaftet? Das ist nicht so einfach. Der hat die Waffe auf mich gerichtet. Und Carlos schaut sie nur an. Das war eine neue Information für ihn. Bei Kays Beerdigung sind natürlich sehr viele Menschen. Unter anderem kommt auch der Bandenboss King vorbei und versucht eine Gangsterbandana, also das ist so ein Halsstuch und Erkennungszeichen der Gang, auf den Sarg zu legen. Aber Khalils Oma stellt sich hin und sagt, ein Teufel wirst du tun. Und Big Maeve kann gerade noch so verhindern, dass es ein Handgemenge gibt. Dann jedoch geht die Beerdigung fließend in eine Demonstration und in schwere Unruhen im Viertel über. Gerechtigkeit für Khalil! Ich meine, es ist ja schön, dass sie demonstrieren, aber diese Gewalt ist so scheiße. Wir können auch nicht mal am nächsten Tag in den Park zum Basketball spielen. Stars Freund Chris wohnt in einem anderen Stadtviertel und weiß nicht, was bei ihr so los ist und will es wissen. Und sie sagt, es ist ganz einfach, du bist weiß und ich bin schwarz, aber das ist mir egal. Aber es ist ein Teil von mir, bitte erklär es mir. Aber sie kann ihm nicht richtig vertrauen hier. Stars Dad kümmert sich um sie, führt immer wieder politische Gespräche auch mit ihr und sagt, wir dürfen nicht schweigen. Ja, ich will ja auch nicht schweigen. Und dann beantragt Divanti Asyl bei ihm, sagt nämlich, King ist hinter mir her. Wie hast du es geschafft auszusteigen? Also wieso? Weil ich am Leben bleiben will. Ja, dann helfe ich dir. Und er beschäftigt ihn im Laden, nimmt ihn sogar mit zu ihnen nach Hause, was seiner Frau überhaupt nicht gefällt. Sag mal, anderen hilfst du immer, aber deine eigenen Kinder können schön hier in diesem Gewaltviertel leben bleiben. Mach, was du willst, aber ich ziehe aus Garden Heights weg. Und er so, schluck. In der Schule sorgt Hayley für weitere Aufreger. Kommt, wir demonstrieren. Perfektes Timing, dann fällt der Geschichtstest aus. Ich meine, auch wenn es absurderweise nur wegen so einem Drogendealer ist. Und sie so, never. Und Chris und Star sind so ziemlich die einzigen Schüler, die nicht demonstrieren gehen. Was sie aber auch irgendwie ein bisschen zusammenschweißt. Anschließend wird Star Zeugin, wie ihr Dad von Cops erniedrigt wird. Ich muss mich so auf den Boden legen und dann werde ich durchsucht und das alles ist nur wegen mir. Ihre Halbschwester Kenia rät ihr, geh endlich ins Fernsehen. Big Maeve bringt Divanti bei Carlos unter. Und bei der Gelegenheit kommt Chris vorbei, der nämlich ganz in der Nähe von Carlos wohnt und da schon öfter war. Und sagt, hallo. Und ihr Vater so, hallo. Papa, das ist mein Freund. Und ihr so, wie bitte? Warum habe ich als Einziger noch nie von ihm gehört? Und Stars Eltern haben einen mega Streit, aber es ist irgendwie auch eine gute Streitkultur. Von Divanti erfährt Star dann noch was Wichtiges über Kay. Also er hat für King gedealt, um seine Mutter zu retten, die King beklaut hatte, aber in der Gang war er nicht, oh. Dann ist Showdown mit ihren Freundinnen Maya und Hayley. Ey, man wird doch wohl nochmal Fried Chicken sagen dürfen, ohne gleich rassistisch zu sein oder was? Wow. Und dieser weiße Officer, der tut mir auch sehr leid. Boah. Und sie immer so, ey, bitch mich nicht so an. Schiebt also ihr komplett die Schuld zu, aber diesmal gibt Star ihr Contra. Und dann verschwindet Hayley und zusammen mit ihrer Freundin Maya schließt sie dann so eine Art Pakt. Wir machen ein Minderheitenbündnis, yeah. Schritt für Schritt hilft ihr, ihre Familie mit allem fertig zu werden. Onkel Carlos hat sich mit 115 geprügelt. Mum supportet mich sowieso die ganze Zeit. Ja, wir waren bei der Staatsanwältin. Ich hab ausgesagt, bis ich kotzen musste. Es ist ja auch wirklich zum Kotzen. Und dein Freund ist irgendwie ganz okay. Und wir können uns woanders ein Haus suchen. Wirklich? Fünf Wochen später hat Star ein anonymes Fernsehinterview. Wenn Officer Cruz, das ist 115, hier wäre, was würden sie ihm sagen? Ich würde ihn fragen, ob er sich wünscht, er hätte mich auch erschossen. Schluck. Dann ist Stars Schulball ein, wie wir wissen, großes Event im Leben eines jungen Menschen. Und Chris ist bei dieser Gelegenheit ziemlich kalt, ja, robotermäßig zu ihr, bis er irgendwann mit der Sprache rausrückt und sagt, sag mal, wieso sagst du mir nicht, dass du die Zeugin bist? Ich hab dich in diesem Interview erkannt. Und sie so, ich kann hier in der Schule nicht das Ghetto-Girl raushängen lassen. Ich spreche nicht von Schule, ich spreche von mir. Und jetzt fängt sie an, ihm zu vertrauen. Als ich zehn war, ist meine Freundin vor meinen Augen erschossen worden. Und hey, es muss Liebe sein. Er singt ihr in aller Öffentlichkeit am Schulball ein Lied. Wow, es ist so sweet. Jetzt soll Star vor einem geschworenen Gericht aussagen. Aber am Vorabend wird das Haus der Katers beschossen. Boah, ich mach meine Aussage nicht. Und ihr Vater so. Wir halten uns einfach an die Regel der Black Panthers. Und außerdem hab ich dann noch ein paar ehemaligen Gang-Kumpels von mir Bescheid gesagt. Und dank des Zusammenhalts ihrer Familie und der Gang-Kumpels macht Star dann doch ihre Aussage, dann passiert wochenlang nichts. Gut, ich hab Hayley in der Schule eine reingehauen, weil sie gesagt hat, ein Dealer weniger. 13 Wochen später wohnen sie im neuen Haus. Da beginnt der letzte Akt. Gemeinsam mit Seven und Chris rettet sie Divanti aus den Fängen von King. Der hat mich ganz schön übel erwischt. Dann erfahren sie aus dem Autoradio, dass das geschworene Gericht 115 nicht anklagen wird. Boah. Ich will demonstrieren, randalieren, irgendwas machen. Garden Heights wird von Protesten und Unruhen nur so erschüttert. Das Benzin geht ihnen aus. Sie stoßen auf eine Riesendemonstration, der die Polizisten gegenüberstehen. Star ergreift das Wort, schleudert eine Trenngaspatrone zurück. Am Ende wird Big Maves Laden abgefackelt und zwar von niemand anderem als dem Bandenchef King. Und er so, das passiert mit Verrätern. Weil Star ihn auch natürlich als Schuldigen genannt hatte. Als die Cops dann tatsächlich kommen, sagt Big Mave, der hat ihn angezündet. Haben Sie das gesehen? Und jetzt passiert das Erstaunliche. Aus der Menge meldet sich einer nach dem anderen und sagt, ich hab's gesehen, ich hab's auch gesehen. Und er wird tatsächlich verhaftet. Das Buch endet damit, dass die Katers anfangen, die Brandruine ihres Ladens aufzuräumen. Und der alte Friseur von nebenan kommt vorbei und sagt, pass mal auf Maverick, du kannst meinen Laden haben. Das Viertel braucht dich. Ich gehe einfach in den Ruhestand. Und er so, wow. Und Star verspricht, Kalil niemals zu vergessen. Ende. Dieser Roman ist viel mehr als nur eine Geschichte aus dem Ghetto. Die Brutalität der Polizeigewalt wird gezeigt, natürlich, ebenso wie die Grausamkeit der Gangs. Aber viel wichtiger ist, wie Star durch den Support ihrer Familie und Freunde an all dem wächst. Das ist definitiv eines der schönsten Bücher über Familie, die ich kenne. Deswegen hat es 2018 zu Recht den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten. Und das, liebe Gemeinde, war The Hate U Give von Angie Thomas. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.